Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Alexander Huxmaster-Waschkau. Hi, hi. Und der Schlingel Bastian Wölfle. Hallo, hallo. Und außerdem der Arne Codenagarudat. Genau, hallo. Wir besprechen heute die Minute Nummer zwei. Und sehen da jetzt gerade schon wieder immer, schon wieder oder immer noch, muss man ehrlich sagen, die laufenden Zahlen vor uns. Und ich glaube, wir haben das beim letzten Mal schon gesagt, dass wir den Eindruck haben, dass da jetzt sowas wie ein Tracer-Programm laufen könnte. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon einmal, glaube ich, erzählt. Ist egal. Das letzte Mal war es da. Ist auch egal. Also es läuft scheinbar ein Tracer-Programm und man sieht so diese klassischen Filmtelefonnummern aus den Vereinigten Staaten, die sich aufbauen, nämlich 555. Und dann kommen weitere Nummern und man hört weiter den Dialog zwischen einer Frau und einem Mann, ganz offensichtlich. Und immer weiter fährt die Kamera dran. Das Schöne ist, dass dann ja irgendwann man sozusagen in den Monitor hineinfährt. Das finde ich ziemlich abgefahren. Zwischen den, also es ist ganz offensichtlich irgendwie ein Röhrenmonitor. Ja. Und man fährt so zwischen diese Lochmaske rein. Und um halt so ein bisschen zu visualisieren, wir fahren jetzt hier voll krass in den Cyberspace. Ja. Genau. Also es gibt ja den Spruch, den meine Eltern mir früher auch immer gesagt haben, kriege ich nicht so in den Fernseher rein, eine ganz neue Bedeutung. Das war. Ich weiß nicht, wie du das auch gehört hast früher, aber. Ja, so ähnlich. Und dieses, diese, wenn wir uns in der Null drin befinden, dass diese, diese Form der Ansicht, also diese grünen, was sind das, Säulen? Wie sage ich denn das? Das sieht schon komisch aus, ja. Ja, so grüne Säulen, das wird, merken Sie sich, dass das wird hinterher noch wichtig werden. So, im dreistelligen Minutenbereich, glaube ich, dann irgendwann nochmal. Spoiler. Das hat ja, ja. Es sieht so ein bisschen auch aus wie Tesla-Spulen, weil da laufen halt auch so Stromteile zwischendurch. Ja, ja, genau. Verschiedene Schichten der Null, ich weiß nicht, was das sein soll. Und so ein bisschen von der Animation und so von der Computergrafik her so, so wie Tron 1982 vielleicht auch gerne hätte aussehen wollen, gewollt. Ja, ja, genau. Aber da konnte man das noch nicht so. Und dann, und dann finde ich es auch ganz interessant, wie es weitergeht, weil man ist dann quasi dann ja komplett drin im Monitor. Ja. Und dann gibt es eine Sekunde schwarz und dann sehen wir plötzlich wieder so einen kleinen Lichtpunkt, der dann größer wird. Sollen wir uns den Dialog sonst auch nochmal eingehen? Ach, Quatsch. Ja. Versteht euch keiner? Eine kurze Folge diesmal. Ja, lass uns ruhig nochmal ganz kurz in den Dialog nochmal eingehen. Also er ist, die Frau, die Frau, die wir dem ja an der Stelle hören, sagt, dass sie, dass sie eine Schicht übernommen hat, weil sie irgendwie so das Gefühl hatte, sie würde das jetzt heute gerne machen. Mhm. Und dann hören wir, dann hören wir den Mann, also wir wissen ja in dem Moment noch nicht, wer da mit wem redet, also wir stellen uns ja vor, wir haben den Film noch nie gesehen. Und er sagt, du magst ihn, oder? Und ich hab, also du magst ihm gerne zuschauen und man hat so, also ich hab da schon so ein bisschen das Gefühl, da ist, da ist jemand, da ist jemand so ein bisschen, das klingt so ein bisschen eifersüchtig. So kann man reininterpretieren. Ja. Ja. Ja, sehe ich auch so. Kann man, kann man, kann man gelten lassen. Eifersüchtig. Also auch diese, diese Zuneigung, die, ähm, klingt auch plausibel in dem Moment, wo sie sagt, ich hab halt eine Schicht übernommen, weil ich Bock drauf hatte, das macht man halt normalerweise eher nicht so. Ja, und, äh, interessant ist dann ja auch, wie der Gespräch weitergeht mit dem Satz, wir werden, wir werden ihn töten, wir werden ihn umbringen, ne? Mhm. Ähm, das ist ja auch nochmal wirklich interessant, dieser Satz und die, die Bedeutung, die der, äh, äh, dann ja auch bekommt. Ja. Weil, es ist, äh. Es stimmt halt in so vieler Hinsicht. Und, äh, richtig. Gut, hier, Spoiler-Cast. Ja, ist egal, wir wissen ja auch, wer das ist, also. Das, ich glaub, ohne, 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 ohne zu nicht spoilern geht das, glaub ich, jetzt gar nicht mit der, mit der Matrix, ähm, ja. Also Trinity und Cypher reden halt. Genau, genau, und sie reden, äh, unter Umständen, äh, über, äh, wahrscheinlich Neo nachher, äh, und, äh, es scheint so, äh, wenn man den Film dann geguckt hat, frage ich mich ja an der Stelle, ob, äh, ob sie, äh, schon öfter, also diese Bemühungen, den einen zu finden, Mhm. Ob das schon öfter stattgefunden hat? Das ist eine interessante Frage. Ich hab mich auch was anderes noch gefragt, ähm, das ist ja jetzt ein Telefongespräch, was sie führen, in dem Cypher außerhalb der Matrix ist und Trinity drin. Ja. Und wir gleich erfahren werden, dass sie da halt drin ist. Ähm, offensichtlich muss man, um Neo anzugucken, in der Matrix sein. Eigenartig. Ja, das ist halt schöner als der grüne Code, den man sich angucken kann. Naja, gut, aber sie sitzt ja auch nicht bei Neo auf dem Schoß, sondern, sie sitzt halt in einem Raum, wo sie wiederum in einen Computer guckt. Also sehen wir noch nicht, aber kommt ja gleich. Vielleicht ist es ja auch nur, ja, aber was, was, was guckt sich da wohl an? Ähm, jedenfalls, äh, diese grünen Zahlen nochmal. Ja. Die sehen so ein bisschen, ähm, anders aus als in dem Rest des Films, weil die haben nämlich ein festes Grid. Also sie leuchten zwar auf, auch so ein bisschen wasserfallartig von oben nach unten, aber, äh. Ja, ja, ich weiß was du meinst. Sie haben ein festes Grid, also die Zahlen, die, die Position der Zahlen verändert sich nicht. Was, äh, eigenartig ist, weil das nämlich später immer passiert und dieses Mal halt nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es relevant ist, aber mir ist es aufgefallen. Naja, das eine ist der Matrix-Kurs und man hat ja hier jetzt gerade scheinbar den Eindruck, das ist halt so ein alter Computermonitor, der mit Schriftzeichen ja eine relativ vorgefertigte Auflösung dann auch am Ende hatte. Na, okay, ja. Na, also weil so die alten Basic-Befehle und so und, und so die ganz alten Rechner noch kennt, äh, was, äh, hier, äh, Huxmars erzählt wieder von Zeiten vorm Krieg, aber, ähm, da, da war ja noch nichts mit 4K oder so, sondern da hat es halt relativ begrenzt, äh, die Möglichkeit, Zeichen auf den Monitor zu setzen, äh, wenn du nicht anfangen wolltest, in den Assembler zu gehen. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu dem, zu der, zu der Geschichte, ähm, dass also hier schon eingeführt, eigentlich hier am Anfang sofort in den ersten, also jetzt sind wir bei Minute zwei, also in den ersten zwei Minuten des Films schon einmal der Hinweis kommt, dass Morpheus daran glaubt, dass er the one ist, der Auserwählte ist, der eine ist, ähm, ich weiß nicht, wie sagen Sie auf Deutsch, der Auserwählte. Ähm, das ist mir, glaube ich, bei den ersten dreimal gucken der Matrix nie aufgefallen, dass sowohl der Name Morpheus, pff, Morpheus als auch the one auch, äh, genannt wird, ähm, finde ich ziemlich interessant. Mhm. Was halt dir passiert in diesem Moment ist, dass du, ähm, den typischen Matrix-Sound hörst. Ja, diesen Verfahrenklang, ne? Wow. Ja, ja, genau, diesen elektronischen Verfahrenklang und auch in dem Moment, wo dann tatsächlich die Lampe zu sehen ist, es gibt so einen netten Fade von, ähm, von Licht zu, zu so einer Lampe, die dann da existiert, ähm, da hört man einen Gong. Mhm. Und dieser Gong ist halt, äh, ein ganz typisches Instrument aus der Eastern, ähm, Welt, also aus, aus fernöstlichen Gefilden, wo der Film, dieser Film ja auch in seinen Kampfsequenzen und in allen wirklichen anderen Sequenzen extrem dran angelehnt ist. Ähm, mir ist, äh, ich war 99, ähm, noch gar nicht so sehr im ganzen, ähm, Anime-Manga-Bereich unterwegs, ähm, weil du jetzt hier schon Eastern sagst, also östlicher Einfluss. Und mir ist quasi erst viel später aufgefallen, dass das, was man ja in der Matrix generell sieht und wir sehen es, äh, jetzt nicht in einer zweiten Minute, aber dann später relativ zeitnah, ähm, eigentlich ganz, äh, in weiten Teilen natürlich der, ich sag jetzt nichts Neues, aber ich erwähne es nochmal, einfach der, 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 den Look und Feel eines, eines animierenden japanischen Films hat. Mhm. Ähm, die Connection hab ich gar nicht so richtig hingekriegt, äh, inzwischen natürlich, wenn man sich viel damit beschäftigt, wird's einem völlig bewusst, dass das, was die Wachowskis da gemacht haben, im Kern ja eigentlich ein Anime mit echten Menschen, äh, äh, zu verfilmen, ähm, ist mir damals gar nicht so aufgefallen. Ja, nicht nur das, sondern der klaut ja auch direkt, ähm, bestimmte Szenen und Anflitte aus Akira und Ghost in the Share, das kommt halt später noch. Ja, ja, ja. Was heißt, also, ja, Hommage. Es gibt halt, es gibt halt Szenen in diesem Film, die exakt genauso sind wie hier, also von daher, ähm, der hat schon, schon ziemlich deutliche Vorlagen. Und das sind eben diese Animes und das sind eben auch so ein paar, ein paar, äh, Kampfsportfilme aus, aus, äh, weiß ich gar nicht genau, wo die herkommen, Japan, China. Und jetzt sonderweise finde ich ja hier die, diese, sagen wir mal, Hommagen an Ghost in the Shell, ich will es ja nicht, äh, geklaut oder so nennen, aber die finde ich übrigens in der Matrix, äh, in weiten Teilen gelungener als die Reale-Verfilmung von Ghost in the Shell von vor, vor zwei Jahren. Hab ich noch nicht gesehen. Fand ich ziemlich enttäuschend. Hast du, hast du hingesehen Schlingel, Ghost in the Shell? Die, die neue, die neue Verfilmung? Ja, mit, 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 äh, Scarlett Johansson. Ähm, ich glaube, wenn man den als Original nicht gesehen hat, war der nicht so schlecht. Da, ja, okay, also in Relation natürlich zum, zum Original-Anime muss man, also als eigenständiger Film kann, könnte ich mir den vielleicht sogar gefallen lassen, im Vergleich zum Anime, hm. Er ist, er ist halt, er ist relativ amerikanisch, finde ich ja. Ja, mal abgesehen vom hier Cultural, äh, Arsch, Arsch, Arschkriecherei, Scheiß, Dreck, dass, äh, nicht Asiaten in dem Film die Hauptrolle spielen, wie es, wie es hier eigentlich gehören müsste, ne? Ja. Weil, hast du, hab dir das damals wirklich riesen Aufschrei? Natürlich, klar. Dass man, dass man Ghost in the Shell nicht mit einer asiatischen Hauptdarstellerin besetzt. Aber, ja. Aber wie ihr sehr, wie ihr hört, bei Minutenweise Ghost in the Shell, ähm. Ähm, ganz so, äh, genau, der Bezug. Ähm, ich wollte noch mal, ich wollte noch mal ganz kurz auf den Dialog und dann können wir nämlich jetzt weiter auf diese, auf diesen Lichtbild, äh, eingehen, nochmal zurückkommen, weil nämlich da auch schon der Hinweis ist, dass, äh, Trinity ganz offensichtlich hat, bist du, hast du das auch gehört? Hört, bist du sicher, dass die Leitung sauber ist? Hm, also man hört, man hört tatsächlich so ein ganz kurzes Blip, erst mal so ein, wie so ein Tastenton und danach hört man so, also als man den Tastenton hört, sagt sie, hast du das gehört? Und Cypher so, hä, was? Und danach hört man dann so, so Knacksen in der Leitung und das ist halt immer, wenn ein, wenn eine Zahl gefunden wurde von diesem Tracer-Programm. Genau, und, äh, ja, sie, sie, äh, riecht halt direkt Lunte und möchte die ganze Sache halt abblasen. Auch spannend, hier, hier die Frage, äh, weil Cypher ja sagt, hä, was? Und ich bin mir total sicher, dass das alles sicher ist, ähm, inwieweit er vielleicht schon weiß, dass das nicht sicher ist. Ja, in der Tat. Weiß natürlich nicht, wie weit sie da, wie weit er da in seiner, in seiner, ähm, Verhandlung schon ist. Ja, ja, genau, aber spannende Frage, wenn man dann bedenkt, dass das so der Dialog der ersten, äh, 90 Sekunden des Films ist, ähm, sieht man auch, wie dicht, finde ich, der Film erzählt ist. Also, wenn man genau hinguckt, hast du quasi in den ersten 90 Sekunden schon, äh, sehr viele Informationen, ähm, die der Film langsam, äh, später natürlich erst entwickelt, aber Also, da, da mag ich dich jetzt auch enttäuschen, so, äh, als, ähm, so ein bisschen Filmtheorie, ähm, in den ersten 5 Minuten von fast jedem Film kannst du erkennen, was in dem Film passiert. Das mag sein, äh, ich hab, ich muss auch sagen, dass ich in den ersten 5 Minuten von Star Wars, kannst du erkennen, was im Film vorkommt? Du kannst es zumindest schon in großen Teilen erahnen. Also, du musst natürlich... Es geht um Raum. Du musst natürlich so ein bisschen, ähm... Ach so, auf der Ebene. Ja. Ja. Es kommen Menschen vor. Nein, 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 nein. Du weißt natürlich so ein bisschen, ob es ein animierter Film ist oder ein echter. Ja. Du musst natürlich so ein bisschen die Theorien von Campbell kennen und, ähm, äh, den Herr aus den 1000 Gestalten gelesen haben und, ähm, die Odyssee des Drehbuchschreibers, weil da halt diese, der Monomythos besser erklärt wird und wenn du diesen, diese Theorie kennst, ähm, dann ist dir halt ziemlich schnell klar, was da möglicherweise passieren kann, weil die Figuren halt alle schon vorgestellt werden. Ja, ich, 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 du hast, du hast wahrscheinlich sogar recht, also wenn ich jetzt an Star Wars in New Hope denke, äh, Kampfgut gegen Böse, Bösewicht, äh, Prinzessin in, in Distress, die beiden, äh, äh, Droiden, aus deren Sicht der ganze Film erzählt, wird das alles in den ersten fünf Minuten drin. Ha? Hm. Ich rede ja auch nicht so ins Blaue hinein, meistens. Äh, okay, dann können wir aber sagen, dass so die Spaghetti Western da nicht reinpassen, weil die ersten fünf Minuten von Spielmehrers Lied vom Tod, wenn ich da so dran denke, wer die noch vor Augen hat, äh, das quietschende Windrad und im Prinzip fünf Minuten nehmen wir nur drei Cowboys, die dann aber auch relativ schnell tot sind. Da können wir ja dran direkt in unserem, ähm, minutenweise Spielmehrers Lied vom Tod Podcast die ersten fünf Folgen hören. Denke ich auch. Ähm, gut, zurück zum Thema. Wir sehen nach diesem Licht sehen wir das Gesicht eines Polizisten, der offensichtlich, äh, so ein bisschen verwandt scheint mit dem Hulk. Ah, ist doch übrigens, äh, ganz kurz, du bist ja über diese wunderbare Überblende von diesem Lichtpunkt, die dann zu einer Taschenlampe wird und dann sieht man, die Taschenlampe wird gehalten und daneben ist der Kopf eines Polizisten. Ja, also ich finde das ganz nett gemacht, aber da wir nicht wissen, wo dieser Lichtpunkt erst herkommt, ähm, ist es nur halb geil. Also man sieht halt mitten auf dem Bildschirm so einen Lichtpunkt immer größer werden und der wird dann mit so einem, mit so einem leichten Halo zu einer Taschenlampe. Aber wir wissen nicht, was das für ein Lichtpunkt sein soll. Ne, also ich hab schon, naja, also du fliegst, du fliegst ja geradeaus in so einen, in, ich würde jetzt mal sagen, in so einen, in so einen Tunnel rein. Also diese grünen, diese grünen Zäpfchen, die bilden ja so einen Tunnel, in den du hineinfliegst und du, ähm, gehst jetzt erstmal davon aus, du bist da irgendwo reingeflogen und plötzlich kommt ein weißer Punkt auf dich zu. Da gehst du ja erstmal davon aus, das ist jetzt wie ein Tunnel, der irgendwo anders hinführt und du fährst, also du fliegst gerade auf den, auf den, auf das andere Ende hinzu. Und ich finde diese, diesen Übergang in diese Matrixwelt an der Stelle eigentlich schon ganz nett. Ja, okay, ich verstehe deinen Punkt. Ja. Also die Idee ist natürlich schon, du fliegst in den Computer hinein, du fliegst weiter in den Computer hinein, als du normalerweise reinfliegen würdest und zack bist du plötzlich an der Taschenlampe und siehst Menschen. Also, ja. Warum hat denn dieser Polizist, den wir da jetzt sehen, in den Computer reingeleuchtet? Tut er ja gar nicht. Naja, aber da kommen wir doch her. Hör mal, da ist alles im Computer und digital. Ach so, verstehe. Vielleicht hat er ins Telefon geleuchtet. Ja, vermutlich. Und vielleicht, vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, das ist mir, ähm, Farbschema Film, äh, wir spoilern natürlich hier die ganze Zeit, dass man alles andere macht ja gar keinen Sinn. Ähm, es hat, es hat bei mir beim ersten Mal auch nicht geschnackelt, ich weiß nicht, wie es euch geht, was die Farbtönung des Films angeht. Ist euch das aufgefallen beim ersten Mal gucken, was die, was die Verschaustik da gemacht haben? Ja, volle Lotte. Ernsthaft? Ja. Der ganze Film ist grün. Ja, eben nicht. Naja, gut, die Szenen außerhalb der Matrix nicht, aber alle anderen schon. Ja, das ist aber genau der Trick. Matrix grün, äh, äh, alles in der realen Welt eher bläulich getönt. Ja. Und das ist euch beim ersten Mal gucken so bewusst aufgefallen. Ja, das ist mir bewusst aufgefallen. Also vielleicht nicht direkt beim Gucken, sondern dann im Nachhinein, aber es ist schon extrem sichtbar. Also ich fand, also ich hab's erst beim zweiten oder dritten Mal wirklich realisiert, dass es konsistent ist. Ich hab gesehen, dass es anders aussieht in der realen Welt als in der Matrix. Aber dass es grün und blau ist, hat bei mir ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt. Das kann ich gar nicht erinnern. Also in Wirklichkeit ist es ja auch gar nicht blau. Es gibt diesen Grünstrich in der Matrix und außerhalb gibt's den halt nicht. Deswegen sieht es alles ein bisschen blauer aus und ein bisschen organischer und so. Ja, ja, genau, genau. Also gerade die Hautfarben sind halt ein Riesenunterschied, weil in der Matrix sind die alle grün und außerhalb sind die halt Hautfarben. Ich konnte aber halt nicht so den Finger drauflegen, was es genau ist, was es unterscheidet. Also aber gut, das mag auch bei mir gelegen haben im Jahr 1999. Da war ich vielleicht noch nicht so aufmerksam. Gut. Grün. Grüne Polizisten. Genau. Wir sehen also das Gesicht von einem grünen Polizisten. Dann sehen wir noch zwei weitere und die durchforsten gerade ein offensichtlich mehrstöckiges Gebäude. Denn wir begegnen einer Zimmertür Nummer 303. Und die haben Waffe im Anschlag und hauen dann die Tür auf per Fußtritt. Haben halt alle eine Taschenlampe neben der Waffe. Also so ein bisschen so dieses Akte X Style Ding. Taschenlampe ist halt dunkel und ist alles grün. Und es sind drei, vier Polizisten. Genau. Der Dicke tritt die Tür auf. Genau. Und wir sehen dann, wie sie leuchten, dass eine Frau mit kurzen Haaren, kann man eigentlich erkennen, dass es eine Frau ist? Also von den Schultern schon vielleicht. Meist nicht. Es könnte auch ein Jüngling sein. Genau. Also ich sage es mal so, ich glaube, es ist nicht wichtig, dass du es da optisch erkennst. Man kann, glaube ich, davon, also ich habe schon darauf geschlossen, dass es die Frau ist, die da gerade telefoniert hat. Und die sitzt jetzt quasi vor so einem Schreibtisch, der an die Wand angebaut ist, mit einem uralten Telefon daneben. Man sieht noch so den, den Rand eines Laptops. Mhm. Und ja, die Polizisten sagen halt, ähm... Was steht da auf der Wand? City Hoarding? Ja. Wisst ihr, warum? Nicht, auch nicht. Nee. Das ist, so heißt, so heißt offensichtlich irgendeine Firma und die hat die Telefonnummer 333 0138. Kannst du mal anrufen? Ja, okay. Ja. Genau, und sie rufen halt Polizei, keine Bewegung. Zwischenmeldung kurz, äh, City Hoarding oder Hoarding sind so temporäre Wände, die aufgestellt werden, um irgendwie Baustellen abzudecken oder, oder so. Wenn man so, wenn so ein Laden aufgebaut wird und man soll noch nicht sehen, was da drin ist, dann wird ein, ein Hoarding außenrum gebaut und das ist diese Wand, offensichtlich, die da steht. Dann ist das wahrscheinlich einfach eine Verdeckung der Fenster, die da ursprünglich mal waren. Oh, das ist halt irgendwie ein Abrisshaus, so sieht es ja auch ein bisschen aus. Ja, Abrisshaus, würde ich auch sagen. Und vielleicht war da schon mal, ist da schon keine Wand mehr? Naja gut, aber das, also die bauen nicht einen Schreibtisch an so eine temporäre Wand. Vielleicht haben die einfach die Wand durch den Schreibtisch gemacht und der war viel größer vor. Ja. Gut, jedenfalls am Ende unserer Minute sehen wir noch, ähm, die Augen von Trinity. Die Augen von Trinity und es sind offensichtlich weibliche Augen und wer den Film kennt, erkennt auch sofort, ähm, Carrie Ann Moss, die Trinity spielt. Genau. Genau, damit sind wir am Ende der zweiten Episode. Und wir machen keine langen Verabschiedungen, ähm, denn es kommt ja demnächst schon die nächste, also bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören, das war minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei compendion.net.